Besser Spielen ist das medienpädagogische Netzwerk des Bielefelder Jugendring e.V.s, das aus rund 20 lokalen Jugend- und Bildungseinrichtungen und Jugendverbänden besteht. Seit 2015 bietet es verschiedene Veranstaltungsformate und dauerhafte Angebote rund um die Games-Kultur an. Durch die kreative Auseinandersetzung mit Games im geschützten Raum werden soziale Kompetenzen und Medienkompetenz gefördert sowie in Richtung einer bewussten Mediennutzung sensibilisiert. In verschiedenen Angeboten wie Spieletestredaktionen, den Game Days Festivals, beim Drehen von Kurzfilmen in Minecraft oder Interviews mit StreamerInnen entstehen Erfahrungsräume über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Besser Spielen bietet außerdem Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zum Thema Gaming in der Jugendarbeit an. Durch die auf diese Weise gebündelten Ressourcen und starken Synergien ist es ein einmaliges und wertvolles Netzwerkprojekt.